Mann oder Frau, jung oder alt. Meine Augen sind ständig und meine Trigger kalt. Ich wohnen wieder so, wie es vorher war. Einfach perfekt. Ich hoffe es wirklich, weil ich war jetzt in den letzten drei Aufnahmen, also von Paladins, die waren so, ich lade die hoch, da war ich so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich denke mal schon, dass ich die hochgeladen habe. Ich denke mal schon, ich denke mal schon. Ich habe mir die nochmal angehört. Klingt eigentlich gar nicht so scheiße, aber es ist noch nicht so. Ich sag mal so, das Mikrofon habe ich noch nicht perfekt eingestellt. Ich denke mal, okay, ich denke nicht, aber ich sag mal so, ich hoffe, ich hoffe. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, aber ich hoffe mal, dass ich es jetzt perfekt eingestellt habe. Ich bin wirklich die ganze Zeit hier schon am Herumtesten. Lass mich raus hier. Let's fucking go. Jo, mein Scheiße drückt noch. Damage, nice. Komm rauf da. Nice. No, merken die nicht, dass wir meine Dinger noch drauf schießen? Merken die das nicht irgendwie? Oder was ist das? Komm, let's go, jetzt alle rauf da. Oh, ist der neu? Ist der neu, der Typ? Den habe ich noch nie gesehen. Nee, den gab es schon, ne? Den gab es schon länger, aber holy shit. Nee, den gab es doch gar nicht so lange, ne? Also ich erinnere mich gerade echt nicht, dass ich schon mal jemals den gespielt habe. Fuck, nee, der ist doch nicht neu, oder? Nee. Ich bin gerade überfragt. Ich bin gerade echt überfragt. Oh yeah. Shit. Mal rein damit. So, kann ich wissen, noch ein bisschen Damage drücken mit den Dingern? Ah, fuck. Okay, sag mal, kann das sein, dass ich weniger Leben hat? Also ich sterbe hier schon recht oft. Aber wisst ihr, was geil wäre? Wisst ihr, was wirklich geil wäre, wenn man während der Runde noch den Charakter wechseln könnte? Muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre echt geil. Auf jeden Fall, was ich wirklich ein bisschen beschissen finde bei dem Spiel, im Gegensatz zu Overwatch. Es ist einfach, ich sag mal so, jeder, der Overwatch spielt, weiß das, dass man am Anfang immer so ist. Jeder nimmt so einen Healer. Also die Leute, ich will nicht sagen absprechen, aber sie gucken schon, wer was nimmt. Was man dann ruhig so nehmen könnte, zum Beispiel, um den Angewissen zu helfen, zum Beispiel, damit man Ultis kombinieren kann und alles. Das hast du hier nicht. Du hast einfach die ganzen Plebs, die einfach nur alle instant locken. Ich meine, den Victor, der ist immer schon, der ist sofort gepickt. Der ist immer sofort drinnen. Da vergehen wirklich nur Sekunden, dann ist er gepickt. Der Victor. Von den meisten drinnen. Der ist eigentlich immer drinnen. Der Typ geht mir auf den Sack. Ganz ehrlich, der Typ geht mir mega auf den Sack. Probier ich den. Ich glaube, den probiere ich nächste Runde mal aus. Ich will sagen, ich habe den nächsten Charakter gefunden, den ich nächste Runde mal ausprobiere. Holy shit. Holy fucking shit, Alter, der hat gedrückt. Komm, den will ich noch. Nice. Let's go. Let's go, lass uns ein bisschen Schaden drücken hier. Oh, verpiss dich, Mann. Verpiss dich. Meine Güte. Ich glaube, das schieben sie easy noch rein. Das kriegen sie easy noch hin, obwohl er drückt die gerade noch, obwohl das ist in der Wiederholung. Komm, die Reiner noch. Alle Reiner, alle Reiner. Fuck. Und jetzt bin ich erst da. Verdammt, aber ich kann wenigstens erst mal meine Sachen einkaufen. Ich habe da noch 400. Ja, gut, da kann ich noch ordentlich was leisten. Na gut, ordentlich. Naja. Urkraft. Oh, was war ihre Urkraft? Holy shit, was war ihre Urkraft? Ich nehme aber... Schaden, großflächige Explosionen. Nein. Das ist ja laserstrahlig. Ich denke mal, das sind direkte Angriffe. Was war ihre Ulti? Eine Ulti, 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 Ulti. War das Auto am Visieren? Wie bei Soldier? War das? Also aus Soldier aus... Ich vergleiche das immer mit Overwatch. Das tut mir echt leid, aber ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt eine Kopie. Ich meine, das Spiel war ja schon in Entwicklung, bevor Overwatch rausgekommen ist. Aber ich denke mal, Overwatch war vorher schon in Entwicklung. Ich hatte echt keine Ahnung. Ich habe da wirklich von den Zeiten ja keine Ahnung. Es sind ja Leute, die immer sagen, das ist keine Kopie. Weil ich meine, wenn man so ein bisschen drüber schaut, sieht man schon die Ähnlichkeit von Charakteren, was die Fähigkeit und Waffen betrifft. Und ich denke mal nicht, dass das so ein Zufall ist. Holy shit, man! Das ist scheiß. Boah. Ich war doch schon in der Deckung. Also ich... Alles, bei allem Respekt. Ich war schon hinter der Deckung. Achso, okay. Okay, von der Seite. Auf jeden Fall war das gerade, den wir gesehen haben, das war der neue Champ, der jetzt vor kurzem zugekommen ist. Dieser komische Typ mit der Schlange anscheinend im Arm. Ich dachte, das wäre immer so ein... Was dachte ich? Was war das? Äh, ein Baum. Das ist ja ein Baumcharakter. Ich dachte, das wäre ein Baum, man den in der Hand hat. Oh, warum? So, treff ich gerade. Reiner mit. Loll. Guck mal, ich platziere die Dinger mal. Oh, die sind eigentlich schon. Ja. Guck mal da rein. Perfekt. Loll. Ich denke mal, das Ding nimmt wieder ein. Holy shit, den habe ich voll erwischt. Aber das mit dem Aufladen von dem Sniper, wie sie er nämlich übelst an... Äh... Widowmaker. Fuck. Und die alte, genau. Die alte wollte ich auch mal ausprobieren. Alter, weil die... Du hast die immer in jeder Runde und es kommt echt so rüber, als ob die einfach richtig viel Damage drückt. Das ist halt das Problem. Ich weiß jetzt halt nicht. Äh, drückt die jetzt wirklich so viel Damage oder ist der Spieler nur gut einfach mit dem Charakter? Ah, das weiß ich besser halt nie. Warte mal. Ah ja, stimmt ja. Oh mein Gott, man kann sich hier drin verstecken. Stimmt ja, da war ja was. Da war ja noch was. Warte mal, die ist jetzt eingenommen? Komm, Alter, den hauen wir jetzt mal weg hier. Holy shit. Was ist das? Bam, Junge. In your fucking face. Bam. Komm, 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 das nächste Ding auch noch werfen. Warte, 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 warte. Jetzt, boom. Nice. Jetzt wer? Warten, warten. Wer ist das Stück weg? Oh. Nice. Holy shit. Der war ganz gut gemacht. Also für die Uhrzeit, wo ich gerade aufnehme, haben wir den echt gut gemacht. Oh shit. Ich will es doch nicht mal verpissen da oben. Boah, ey, was ist denn das, Alter? Schaut euch das mal an. Alter, die... Sag mal, muss die nicht irgendwie die Angriffe aufladen, so wie ich mit meinem Sniper-Schuss? Ich meine, die muss man ja auch aufladen. Oder kann die einfach immer rott, 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 rott machen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das sah gerade echt so aus, als wenn ihr einfach nur steht und dann nochmal Feuer, 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 Feuer. Und es drückt einfach immer Damage. Yeah, Mann. Easy. Habt ihr es gerade gehört? So was nehme ich? Ich meine, das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ich meine, Flinkheit. Bewegungsgeschwindigkeit. Ich meine, meine Oberkraft hab ich jetzt immer noch nicht eingesetzt, ähm. Ich würde das nehmen. Er kann die Stelle so links-rechts ausweichen. Das ist ja auch geil, wenn man irgendwie schneller nachleihen könnte, außer Joden. Wäre geil, wenn das hier wäre. Ich meine, gut, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen... ein bisschen WP. Das geht ab, bitches. Das geht ab. Würde ich, er zieht seine Fähigkeit hier drinnen schon. Es ist gerade irgendwie ruhig. Ich weiß auch nicht. Ungefähr ab der Hälfte des Spiels kann es sein, dass er einfach einmal Musik weg ist, manchmal. Oh Gott, jetzt geht er gleich, geht die Bombe hoch. Warten, warten, warten jetzt. Hallo? Ja, stimmt. Oh mein Gott, dieses Nachnamen. So. Oh shit, da ist ja noch einer. Oh, da ist ja noch einer. Ey, wird mal stehen, bruh. Fuck, Alter, was... Oh, die alte Bogenschütte, ne? Die geht mir so oft die Nüsse, ey. Ich glaube, ich werde echt mal die ausprobieren. Schau dir das an, Alter. Bam, Junge. Einfach gegeben, Alter. Ist dieses Spiel echt alle besser geworden? Ich war in der letzten Runde, ne? Also ich war... Nee, das war vor... Vorletzte Runde mit der Draxis. Ich meine, die die Jambi gegeben hat, ne? Also in der letzten Abschlusscamp, Alter. Der hat mir ja richtig hart gegeben gehabt. Oh Mann, Alter, verpiss dich doch mal, ey. Zwei Hits, da war ich weg. Zwei Hits. Bam, bam. Oh, oder drei. Drei halt. Das ist aus wie zwei. Die geht einfach rein. Die trifft einfach immer. Ist das ein fucking Aim-Bot oder was ist das? Alter, was ist das? Was ist das so ein Teufel? Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock loszureiten. Ich meine, holy shit. Ich gebe dir einfach instant. Guck mal, die trauen sich auch schon gar nicht mehr vorzugehen. Ich habe nur einen Stand-Werrand. Wow. Warten. Jetzt. Attack. Attack. Okay, ich glaube, ihr holt die so ein bisschen Also, ich glaube, da mache ich zwar kritische Treffer, aber ich glaube, das bringt es jetzt auch nicht so Guckt euch das an! Alle drei Hits haben getroffen. Perfekt getroffen Holy shit, was ist das? Die hatte ja nicht mal großartig Leben. Habt ihr gesehen, wie leer die Leben waren? Die waren ja schon fast nicht mehr vorhanden Und die einfach trotzdem so Immer gib ihn, immer gib ihn So nach dem Motto Oh yeah Oh man, ich hasse Ich hasse es, dass man aufladen muss. Das hasse ich wirklich Also, das ist wirklich echt scheiße Du kannst halt nicht immer bam, bam, bam machen Du musst bam warten Und dann erst wieder schießen Ich lasse jetzt mal weiter nach vorne Da ist das Treffer wieder Bam Bam Nice Wo sind die jetzt? Wo sind die denn? Ach da! Oh, da war gerade Knessa Oh nee, Knessa bin ich ja auch Oh, wie ist die Wunschütze? Oh man Gib mich auf die Nüsse, man Bam Hier, Mann Warten, warten, warten jetzt Bam Ah, rein damit Warten Nice Nice Holy shit Ich hab ne 10er Spree gerade Läuft, läuft, läuft One Komm, komm, komm Ja, nice Nice Okay, ich wollte eigentlich noch ein ganz kurzes bisschen schießen zum Schluss Okay, was nehm ich? Das hier Und als nächstes Nämlich, denke ich mal, das hier Ja, da halte ich noch mehr aus Okay, zum Schluss Oh, das ging ja eigentlich zum Schluss ganz gut Okay, jetzt alle die Fan Oh mein Gott, ein Deutscher Holy shit Holy shit, ein Deutscher Holy shit Der hat sogar, ey, der hat sogar mehr was geschrieben So wird das nichts Nö Juhu Lol, zwei Deutsche Yes, so wird's gut Wo sind denn alle? Okay, jetzt alle die Fan Holy shit, wir haben echt Deutsche Das ist das erste Mal, dass ich Deutsche mit dem Spree gesehen hab Holy shit Holy fucking shit Ich muss direkt mein YouTube-League reinschreiben Warten Warten Obwohl, erst mal Nice Hallo? Wieso hat's den nicht gekillt? Muss noch warten Chill, 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 chill Bäm, Junge in your face Er steht ja echt dahinter Ist das dein fucking Ernst? Ist er weggehen von mir? Warten Na, wo ist er? Wo ist er? Bäm Also das mit dem Aufladen ist echt so ein bisschen Blöd Scheiß Schild Okay, meine beiden Bomben sind aktiviert Bäm Oh, die sollten sich mal verpissen Die Bogenschützin Guck mal, die weiß direkt, wo ich stehe Habt ihr das gesehen? Die hat direkt gewusst, wo ich stehe Verdammt noch, Scheiße, Mann Die hat echt genau gewusst, wo ich stehe Habt ihr das gesehen? Die ist in die Ecke gerollt In der Rolle kann sie mich nicht gesehen haben Und dann hat sie direkt auf mich geschossen Sie wusste genau, wo ich stehe Die ist neun Meisterung neun mit ihr Das will ich mich jetzt echt mal genau anschauen Ich glaub, der hat wirklich in jeden Schuss gesessen Oder auch nicht Was hat denn der für ne Maus Sensivity Also Die ging ja so Richtig langsam Hat er von A nach B geaimt Das war eher so Na egal Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis auch noch rein Auf Wiedersehen Tschüss Bis auch noch probiert Bis auch noch ein paar Bis auch noch an Und da ist ja auch noch ein paar Untertitelung des ZDF, 2020